Immer wieder hören wir grauenvolle Geschichten, dass kleine Kinder oder Haustiere im Auto vergessen werden und dort qualvoll sterben. Das sind normalerweise tragische Unfälle, aber heute müssen wir uns fragen, war das Absicht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Times Story. Ja, die heutige Geschichte dreht sich um ein sehr, sehr böses Thema. Sie spielt in den Vereinigten Staaten. Wir sind in Atlanta, in Georgia. Ja, das ist eher im Süden der USA. Dort ist es ziemlich warm die meiste Zeit über, vor allem aber natürlich im Sommer. Man sollte ja eigentlich meinen, dass es inzwischen bekannt ist, dass es ganz schnell, ganz heiß in so einem Auto wird und dass man Kinder, also wir konzentrieren uns heute auf Kinder, das gilt natürlich auch für Haustiere, dass man Kinder auf keinen Fall da drinnen lassen darf. Jeder weiß das, oder? Jeder. Und doch passiert es immer wieder. Natürlich passiert das meistens nicht wissentlich. Manchmal sperren sich auch Kinder unabsichtlich, selbst in einem unbemerkten Augenblick ein. Die Tür geht zu, Selbstverriegelung und die Kinder können nicht mehr raus. Das sind Unfälle, die können passieren. Und manchmal, manchmal, da werden sie einfach vergessen. Immer, wenn ich das höre oder lese, dann denke ich mir, wie um alles in der Welt kann das passieren? Könnte mir das auch passieren? Also, ich bin schon oft schutzelig und vergesslich bin ich sowieso. Trotzdem komme ich immer wieder zu dem Schluss, nee, das könnte mir im Leben nicht passieren. Ja, und dann frage ich mich, ob all diese Menschen, denen es dann tatsächlich doch passiert ist, nicht genau das auch gedacht hätten, dass es ihnen nicht passieren könnte. Ich habe hier ein paar Daten von euch, die stammen aus den USA. Ich habe keine gefunden für Deutschland, da finde ich nur Einzelfälle. Aber in den USA starben 2019 52 Kinder in überhitzten Autos. Oft müssen die Eltern dann gar nicht mit rechtlichen Folgen rechnen. In den USA zumindest 40 Prozent der Fälle, in denen wird gar nicht weiter ermittelt. Ja, die Strafen, wenn sie doch erteilt werden, die fallen dann normalerweise ziemlich milde aus. Für mich ist das eigentlich auch völlig nachvollziehbar. Es ist natürlich furchtbar, wenn ein Kind so zu Tode kommt. Und das sollte auch Konsequenzen haben. Aber ich denke, normalerweise hat das auch Konsequenzen. Also, wenn ein Kind durch einen Fehler der Eltern zu Tode kommt oder sonst irgendwie zu Schaden kommt, dann verzeiht sich, dass dieser Elternteil vermutlich sowieso selbst nie im Leben mit so einer Schuld zu leben, finde ich tatsächlich, in vielen Fällen ist das Strafe genug. Beziehungsweise, ich glaube, mich könnte in so einem Fall niemand so hart bestrafen, wie ich es selbst tun würde. Also, ich würde mir das im Leben nicht verzeihen. Das Kind zu verlieren und dafür verantwortlich zu sein, was könnte diese Strafe noch übertreffen? Was aber ist jetzt, wenn der Verdacht eintritt, dass das gar kein Unfall war? Was ist, wenn es Absicht war? Und genau dieser Verdacht steht beim heutigen Fall im Raum. Die Frage ist, wollten die Eltern etwa das Kind loswerden, ohne Konsequenzen dafür zu tragen und einfach, um ein neues Leben zu beginnen? Ich erzähle euch die Geschichte mal und ihr bildet euch dann euer Urteil selbst. Es ist der 18. Juni 2014. Ross Harris verlässt wie jeden Morgen das Haus in einem kleinen Vorort von Atlanta. Da wohnt er gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn. Und diesen kleinen Sohn, den fast zweijährigen Cooper, den nimmt er mit. Ross wurde 1980 in Alabama geboren und er hat dort auch studiert, nämlich Handels- und Betriebswirtschaften. Und er arbeitet als Webentwickler für eine große Baumarktkette in den USA. Meistens bringt er den kleinen Cooper zuerst zum Kindergarten, dann holt er sich sein Frühstück in einem kleinen Laden, bevor er zur Arbeit fährt. Aber an manchen Tagen, da macht er es umgekehrt. Da holt er erst Frühstück für sich und den kleinen Jungen. Das heißt, die gehen dort Frühstücken in diesem kleinen Laden essen. Und danach bringt er ihn zum Kindergarten. Und heute, an diesem 18. Juni, ist so ein Tag. Er nimmt Cooper mit in den Laden. Es ist 9 Uhr, als er mit dem Kleinen auf dem Arm den Laden betritt. Das sieht man auf einer Überwachungskamera. Und die beiden, die genehmigen sich ein kleines Frühstück. Ross bezahlt und sie gehen zum Wagen zurück. Er setzt seinen Sohn behutsam in den Kindersitz. Er schnallt ihn sorgfältig fest. Er gibt ihm einen kleinen Kuss auf die Wange. Dann steigt er ein und fährt los. Er fährt von dem Parkplatz runter. Und eigentlich müsste er bei der nächsten Kreuzung abbiegen, um zu Coopers Kindergarten zu kommen. Aber das tut er nicht. Um 9 Uhr 27 fährt er auf dem Firmenparkplatz. Das Überwachungsvideo von dort zeigt, wie er einparkt. Noch kurz im Wagen sitzen bleibt. 30 Sekunden später steigt er aus und geht zum Gebäude. Um 16.16 Uhr verlässt er das Gebäude wieder. Er geht zurück zu seinem Auto. Er steigt ein und fährt los. Und er fährt in Richtung eines Kinos. Dort will er sich mit Freunden treffen. Ja, die wollen sich einen Filmen schauen. Was sonst. Aber dann wirft er einen Blick in den Rückspiel. und der Schreck fährt ihm in alle Glieder. Cooper. Er sieht seinen Sohn regungslos in seinem Kindersitz sitzen. Fast genauso, wie er ihn am Morgen darin festgeschnellt hat. Da allerdings hat er noch gelebt. Jetzt ist alles Leben aus ihm gewichen. Ross zieht natürlich das Auto sofort auf den rechten Fahrstreifen. Er fährt ab. Er fährt auf dem Parkplatz von einem Einkaufszentrum. Er springt aus dem Auto. Er reißt die Autotür auf. Und er sieht seinen leblosen Sohn da drin sitzen. Und er bittet vorbeikommende Passanten um Hilfe. Die wiederum rufen die Polizei. Einer von ihnen holt Cooper aus dem Auto. Und er versucht ihn wieder zu beleben. Aber naja, für Cooper Harris kommt jede Hilfe zu spät. Kein Wunder, knapp sieben Stunden hat er in dem in der prallen Sonne geparkten Auto gesessen. Es war ein heißer Sommertag in Atlanta. Und der kleine Junge, der ist seit Stunden tot. Daran können dann auch die eintreffenden Sanitäter nichts mehr ändern. Ross währenddessen, der verhält sich seltsam. Also während die Passanten handeln, die Polizei rufen, sich um den Sohn kümmern, versuchen ihn wieder zu beleben. Da tut Ross nichts. Nervös tigert er auf dem Parkplatz auf und ab. Er telefoniert am Handy. Er geht nicht mal in die Nähe von seinem Auto oder in die Nähe von Cooper. Die Polizei kommt natürlich relativ schnell. und trifft auf diese Szene Ross, der da durch die Gegend tigert und sich nicht zu kümmern scheint am Telefon. Und sie sprechen ihn natürlich an. Er reagiert ziemlich aggressiv. Also sie fragen ihn, was er da macht. Und er ist sofort auf Abwehr und sagt so, ja, ich habe meinen Sohn verloren. Und ja, ich bin jetzt hier nicht in der Stimmung. Also er ist sehr unfreundlich und aggressiv. Und das veranlasst die Polizisten wiederum dazu, ihn erstmal zu verstauen. Das heißt, sie legen ihm Handschellen an und die verfrachten ihn auf den Rücksitz von ihrem Polizeiauto. Er steht im Weg rum, er wiederholt ständig den Satz. Was habe ich nur getan? Was habe ich nur getan? Und er sagt, oh, my boy, my boy. Aber sein ganzes Verhalten, das wirkt seltsam, das wirkt deplatziert. Sofort kommt dem Polizisten das alles total komisch vor. Das passt einfach nicht. Alles, was er tut, was er sagt, sein Weinen, seine Verzweiflung, all das wirkt einfach irgendwie gespielt. Und ja, halt einfach nicht authentisch und schon gar nicht irgendwie echt. Zwischendurch beruhigt er sich auch immer wieder und tatsächlich beginnt er irgendwann, sich zu beschweren. Die Handschellen, die man ihm angelegt hat, die sind viel zu eng und die drücken ihn außerdem. Und das schlägt ihm fast wirklich die Krone aus. Er beschwert sich darüber, dass es im Auto zu heiß ist und dass er keine Luft kriegt. Da könnte man schon schreien vor lauter Frust, oder? Er muss natürlich in dem Auto bleiben. Nach 30 Minuten wird er dann aufs Revier und dort in einen Verhörraum gebracht. Dort verbringt er die ersten 30 Minuten allein. Allerdings ist er nicht ganz allein. Es ist er und die Überwachungskamera. Und vor der sitzen die Ermittler und die beobachten ihn erstmal. Die schauen erstmal, was macht er, wie verhält er sich. Und sein ganzes Verhalten wird genau analysiert. Und es macht die Ermittler stutzig. Seine Ausbrüche wirken nicht echt. Er setzt sich, er steht auf, er trinkt etwas. Als dann endlich ein Beamter zu ihm ins Zimmer kommt, da hat er sich dann wieder unter Kontrolle. Er redet ganz normal. Er erzählt sofort, dass er selbst mal bei der Polizei war. Macht so ein bisschen auf Jovial und Kollege. Und da macht er seine Aussage. Er verzichtet auf einen Anwalt. Und er erzählt detailliert, wie der Morgen war, wie der ganze Tag verlaufen ist. Er wirkt ziemlich ruhig. Ross erzählt also, dass er morgens mit dem kleinen Essen war, Frühstücken war. Dass er dann zum Büro gefahren ist, reingegangen ist. Er sagt auch, dass er Mittagessen war mit Kollegen. Und er erzählt halt diesen ganzen Verlauf. Was er auslässt, ist eine kleine Geschichte. Er war Mittagessen mit zwei Kollegen, ja. Und während dieses Mittagessens ist er kurz beim Baumarkt reingegangen und hat dort Glühbirnen gekauft. Der Kollege, der gefahren ist in der Mittagspause, der bringt Ross auch zurück. Er lässt ihn an seinem Auto aussteigen. Und die Überwachungskamera des Parkplatzes zeigt, wie Ross zu seinem Auto geht, die Fahrertür öffnet, die Glühbirnen reinlegt, die Tür wieder schließt und wieder weg geht. Ich weiß nicht, ob das nicht die gruseligste Szene in diesem ganzen Fall ist. Er geht da zum Auto und er sieht seinen Sohn da nicht im Kindersitz sitzen. Der Kindersitz ist nach hinten gewandt. Also man sieht da jetzt nicht direkt rein. Also der sitzt nicht wie auf der Rückbank nur im Kindersitz, sondern der Kindersitz ist verkehrt rum und das Kind zieht nach hinten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Diesen kurzen Zwischenfall, den verschweigt er der Polizei. Aber das kommt natürlich raus, weil die sehen das auf dem Überwachungsvideo. Da sagt er eben, er war mit der Gessen, die Kollegen hätten ihn bei der Firma rausgelassen, aber die Glühbirnen erwähnt er nicht. Und dafür kann man so eine sehr auffällige Pause erkennen. Im Verhör wird er dann gefragt und zwar nach dem Passwort für sein Handy und er zögert. Also er tut so, als ob das natürlich kein Problem wäre. Klar, könnt ihr mein Handy haben, aber der Code, der fällt ihm gerade nicht ein, weil er entsperrt das Handy ja immer mit Fingerabdruck. Bei meinem Handy geht das übrigens auch. Trotzdem werde ich regelmäßig nach dem Code gefragt. Ich habe kaum Gelegenheit, diesen Code zu vergessen. Aber vielleicht ist das bei seinem Handy ja anders oder er ist noch vergesslicher als ich. Natürlich ist das kein großes Hindernis. Die Beamten wissen schon, wie man so ein Telefon entsperrt kriegt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Am Ende ist es dann nicht nötig, denn als sie Ross darauf aufmerksam machen, dass sie es auch so aufmachen können, da fällt ihm dann auch der Code wieder ein und die Beamten erhalten Zugriff auf das Handy. Und dann zeigt sich auch ziemlich schnell, warum Ross das jetzt nicht so toll findet. Das Erste, was sich herausstellt, ist nämlich, dass er eine Menge Affären hat. Chats mit mindestens sechs Frauen kann man auf dem Handy sehen. Mit einer davon hat er sogar an diesem Tag noch vom Frühstücksladen aus getextet. Und auch im Laufe des Tages sieht man, dass er immer wieder Textnachrichten und Fotos an irgendwelche Frauen geschickt hat. Auch auf seinem Handy findet sich eine Textnachricht an seine Frau Leanne, in der fragt er sie, wann genau sie den kleinen Sohn aus dem Kindergarten abholt. Es gibt aber, glaube ich, keine Antwort auf diese Nachricht. Generell ist Ross sehr redselig in diesem Frühjahr. Er ist wohl überhaupt generell ein sehr redseliger Typ. Und er erzählt ziemlich schnell und ziemlich freiwillig alles Mögliche. Und er erzählt Seltsames. Er erzählt von mehreren Personen, denen genau das Gleiche passiert ist wie ihm. Mit Kindern, beziehungsweise auch mit Hunden. Er sagt, dass er das in den Nachrichten in letzter Zeit öfter gehört hat. Er kann jetzt gar nicht fassen, dass ihm das jetzt auch passiert ist. Er erwähnt sogar ein Video. Ihr kennt das vielleicht. Oder ich glaube, es gibt mehrere solche Videos, wo sich ein Tierarzt in so einen Wagen setzt und demonstriert, wie lange er durchhält, wie schnell die Temperatur nach oben geht. Und ja, so ein Video, das hat er auch auf dem Handy. Er ist anscheinend bestens bewandert mit dem Thema. Die Frage ist, ist er vorbereitet auf seine Verteidigung? Oder versucht er seinen Handyverlauf zu erklären, weil er in letzter Zeit ja rein zufällig natürlich mehrere solche Videos angeschaut hat? Also, kurz gesagt, er erzählt ganz fassungslos über diese Videos und naja, jetzt ist es ihm halt auch passiert. Kann ja mal passieren. So ungefähr kommt das rüber. Ja, anderen passiert das auch. Jetzt ist es mir halt auch passiert. Am Ende von diesem Verhör wird er gefragt, ob er noch irgendwas hinzuzufügen hat. Und er macht darauf aufmerksam, dass er keine Vorstrafen oder Ähnliches hat. Er sagt, dass er nie im Konflikt mit dem Gesetz war. Und er sagt tatsächlich, dass er ein guter Vater ist und ein guter Ehemann. Also ehrlich, weiß ich nicht, egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wer bitte würde sich denn als guten Vater bezeichnen, wenn er gerade unabsichtlich sein Kind getötet hat? Ernsthaft? Ja, aber dass sein Kind tot ist und dass er offensichtlich daran schuld ist, das hat er ganz offensichtlich zu dem Zeitpunkt schon abgehakt. Er ist mit seiner Verteidigung schon beschäftigt. Die Selbstverwürfe, die hat er zu diesem Zeitpunkt auch schon abgehakt, als der Beamte ihm mitteilt, dass er festgenommen ist und wahrscheinlich angeklagt werden wird. Und da wirkt er total überrascht, überrascht und pikiert. Was für eine Frechheit. Mehrmals verlangt er auch danach, mit seiner Frau sprechen zu können. Das ist auch total verständlich. Die Polizei will aber zuerst mit ihr sprechen. Auch das finde ich ziemlich verständlich. Später an diesem Tag wird ihm das auch erlaubt. Dieses Gespräch, das findet auch in diesem Verhörraum statt. Und es wird auch aufgezeichnet, so wie das Verhör zuvor. Lasst uns mal ganz kurz hier unterbrechen und über Leanna Harris reden und auch über Ross. Leanna ist die Tochter einer alleinerziehenden Mutter und sie ist eher so der introvertierte Typ. Sie weiß schon früh, was sie im Leben möchte, nämlich eine Familie mit möglichst vielen Kindern. Mit 20 lernt sie Ross kennen, innerhalb eines Jahres heiraten die beiden auch. Und so ziemlich gleichzeitig starten sie auch die Familienplanung. Beide möchten Kinder, beide möchten sie jetzt. Aber wie es dann halt oft so kommt, es ist gar nicht so einfach. Es will nicht so recht klappen und viele, viele Versuche bleiben erfolglos. Die beiden ziehen vom ländlichen Alabama, wo sie beide herkommen, nach Atlanta. Und zwar hauptsächlich wegen Ross' Job. Der arbeitet ja als Webentwickler für eine Baumarktkette. Und Leanna, die ist Ernährungsberaterin und auch sie findet ziemlich schnell einen Job in der Gegend. Und dann klappt das auch mit dem Baby. Am 8. August 2012 wird Baby Cooper geboren. Die Freude ist groß, auch bei Ross. Er hilft Leanne, wo er kann. Er kümmert sich um den kleinen Jungen. Er steht auch nachts auf, wenn der Kleine weint. Er macht es komplett freiwillig. Er beschwert sich nie. Und er geht in seiner Vaterrolle ziemlich auf. Kommen wir zurück zum Verhörraum. Wie auch immer man sein Verhalten einstufen möchte, von verdächtig über bizarr bis hin zu arrogant, das Verhalten seiner Frau, das toppt ihn irgendwie noch um ein gutes Stück. Man würde ja vielleicht erwarten, dass sie da reinkommt oder dass er reinkommt. Sie wartet schon in dem Raum, als er reingebracht wird. Man würde vielleicht erwarten, dass sie ihm Vorwürfe macht. Dass sie zumindest fragt, was ist passiert? Was hast du getan? Wie konnte das passieren? Aber nein, das passiert nicht. Also er ist am Heulen und das Erste, was sie tut, ist, sie nimmt ihn in den Arm. Sie tröstet ihn. Er fragt sie, ob sie ihn für immer hassen wird. Sie sagt nein, sie hasst ihn nicht. Sie liebt ihn. Sie wirkt überhaupt nicht fertig. Also nicht nur, dass sie nicht wütend ist, im Vorwürfe macht oder Fragen stellt. Sie weint auch nicht. Ihre Rolle ist in diesem Moment voll und ganz die der liebenden Ehefrau. Also die voll und ganz für ihren Mann da ist, die voll und ganz hinter ihm steht. Er hat eine Komforte für Leanna, auch. Um das Kind, was passiert ist, wie das passieren konnte, das ist überhaupt kein Thema in diesem Gespräch. Ganz im Gegenteil, sehr schnell geht das Gespräch darum, dass sein Leben vorbei ist, dass sie ihn anklagen werden. Sie sind sich einig, dass er einen Anwalt braucht und dann fragt sie ihn, ob er zu viel gesagt hat. Ach was, ich werfe es gleich mal hier mittendrin ein. Leanna Harris wird am Ende von jedem Verdacht der Mittäterschaft und auch der Mitwisserschaft freigesprochen. Anscheinend denkt niemand, dass sie etwas wusste oder dass sie etwas getan hat. Diese Frage, ob er zu viel gesagt hat, die erklärt sie nachher. Sie sagt, sie weiß, dass ihr Mann einfach viel redet und wenn er nervös ist, dann redet er noch mehr. Und sie hat eben keine Sekunde zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass Ross in voller Absicht gehandelt haben könnte. Und sie kann auch gar nicht verstehen, dass die Polizei das ernsthaft in Erwägung zieht. Wie gesagt, am Ende wird sie von jedem Verdacht freigesprochen. Ich habe es jetzt mal schon mittendrin erwähnt, denn ihr könnt euch ja mal, was dann noch kommt, so anhören und schauen, ob ihr das auch so seht. Ross jedenfalls, der versinkt in Selbstmitleid. Warum passiert mir das? Mein Leben ist vorbei. Und sie wirkt weder traurig noch wütend. Was denkt man, wenn man in einer Gefängniszelle sitzt, kurz nachdem man sein Kind unabsichtlich einen ganzen Tag lang im heißen Auto vergessen hat und es darin qualvoll gestorben ist? Woran denkt man? An das Kind? Überlegt man, wie das nur passieren konnte? Macht man sich Vorwürfe? Denkt man daran, dass man sein Kind niemals wird aufwachsen sehen? Dass es niemals die Chance haben wird, erwachsen zu werden? Dass es niemals die Chance haben wird, sein Leben zu leben? Ich denke, das sind so die Gedanken, die ich hätte. Verzweiflung. Trauer. Wut. Auf mich selbst natürlich. Naja, verzweifelt ist Ross auch. Alles, woran ich denken kann, ist diese Gefängniszelle, sagt er zu seiner Frau. In dieser Gefängniszelle ist eine Pritsche, die ist unbequem. Und die Toilette, die ist aus Metall. Also ich glaube ja, im heißen Auto war es auch ziemlich unbequem. Aber gut. Was er noch zu seiner Frau sagt, ist, er sah so friedlich aus. Die Augen waren zu. Der Mund war zu. Und ich dachte, er würde furchtbar aussehen. Vor Gericht werden nachher Fotos gezeigt. Mund und Augen sind deutlich offen. Und naja, es wirkt gar nicht so friedlich eigentlich. Und was heißt, ich dachte, er würde furchtbar aussehen? Bedeutet das etwa, dass er erwartet hatte, Cooper würde tot sein und dass er furchtbar aussehen würde? Oder ist das etwas, wo die Polizei was hineininterpretiert? Und dann fragt sie ihn in diesem Gespräch noch, kann ich dich etwas Verrücktes fragen. Denkst du, wir werden noch mehr Kinder haben? Er ist schnell mit der Antwort. Er sagt, ja absolut, ich will noch mehr Kinder. Nur, weil wir ein Kind verloren haben, heißt das nicht, dass wir nicht noch mehr haben können. Ja, also irgendwie ist dieses ganze Gespräch, diese ganze Szene nicht wirklich, was man erwartet, oder? Kommen wir nochmal zu Leanna zurück. Es gibt Aufnahmen, die zeigen, wie sie vor der Kita-Part hineingeht, um Cooper abzuholen. Dort erfährt sie dann, dass er gar nicht da ist und dass ihr Mann ihn heute Morgen nicht abgeliefert hat. Man sieht, wie sie vom Parkplatz zum Gebäude geht, da wirkt sie total normal, sie wirkt nicht aufgeregt. Und auch als sie erfährt, dass ihr Sohn nicht da ist, da wirkt sie relativ ruhig. Also schon so ein bisschen beunruhigt, aber jetzt nicht panisch. Gut, wir wissen natürlich nicht, ob sie tagsüber mit rausgesprochen hat. Er hat ja diese Textnachricht geschickt, wann sie ihn abholt. Aber wir wissen nicht, ob sie die gelesen hat. Und die Frage ist, hat sie wirklich Grund, gleich das Schlimmste zu vermuten? Muss sie davon ausgehen, dass irgendwas Furchtbares passiert ist? Oder vielleicht wundert sie sich im ersten Moment nur ein bisschen. Also es könnte ja auch eine einfache und harmlose Erklärung geben, warum ihr Mann Cooper nicht in den Kindergarten gebracht hat. Der erste Gedanke, den sie dann wohl äußert, ist, dass Cooper vielleicht aus der Kita entführt wurde. Aber dann erfährt sie ja, dass er gar nicht gebracht worden ist. So weit, so gut. Aber jetzt sagt sie, hoffentlich hat Ross ihn nicht im Auto vergessen. Äh, wirklich? Das ist das Erste, was ihr einfällt? Also erstens schon komisch, dass ihr sowas überhaupt einfällt, dass das das Erste ist, woran sie denkt. Noch komischer aber ist, dass sie dieser Gedanke auch nicht sonderlich aufzuregen scheint. Aber gut, Menschen reagieren unterschiedlich und nicht. Allen sieht man an, was sie denken oder wie es ihnen geht. Sie versucht dann natürlich immer wieder Ross anzurufen. Der geht nicht ans Telefon. Ja, der ist anderwärtig beschäftigt. Falls ihr euch wundert, wie Liana dann vom Tod ihres Sohnes erfahren hat, als sie Ross nicht erreichen kann. Da fährt sie zu seiner Firma. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Sie fährt da hin, um nachzugucken, ob er da ist. Und dort in der Lobby, in der Vorhalle, wo sie reinkommt, da läuft ein Fernseher. Alle starren wie gebannt darauf. Und es ist ein Bericht davon im tragischen Fall, in dem ein Vater seinen kleinen Sohn im Auto vergessen hat. Das ist auch der Moment, in dem dann ihr Telefon klingelt. Die Polizei ist dran. Sie wird gebeten zu bleiben, wo sie ist. Die Beamten kommen und holen sie ab. Und sie teilen ihr mit, was sie vermutlich ja jetzt schon befürchtet hat, was sie schon vermutet hat. Es ging natürlich in diesem Bericht tatsächlich um ihren Sohn. Und ja, der kleine Cooper ist tot. Sein Vater hat ihn morgens im Auto vergessen. Ihre erste Frage. Wo ist mein Mann? Wo wir schon mal dabei sind, es gibt noch so eine seltsame Aussage. Die kommt zwar erst später. Die macht Liana dann auf Coopers Beerdigung. Sie sagt, Cooper ist jetzt an einem besseren Platz. Okay, sowas sagen viele. Aber dann sagt sie, ja, auch wenn sie könnte, würde sie ihn nicht zurückbringen an einen Ort und in eine Welt, in der so viel Chaos herrscht. Auch seltsam, oder? Aber wie gesagt, Liana wird von jedem Verdacht freigesprochen. Anscheinend sind sich alle einig, dass sie nichts damit zu tun hat. Vielleicht gibt es Zweifel, die niemand äußert. Vielleicht kann man ihr auch einfach nichts beweisen. Vielleicht wissen sie aber auch was, was wir nicht wissen. Vielleicht gibt es einfach Beweise dafür, dass sie tatsächlich einfach von nichts wusste. Auf mich jedenfalls wirkt ihr Verhalten befremdlich mit all den Informationen, die ich habe. Selbst wenn sie am Ende zu ihrem Mann stehen will, wer würde nicht zumindest im ersten Moment wütend sein, verbittert sein oder ihm Vorwürfe machen? Warum ist ihr erster Gedanke, dass Ross den Kleinen im Auto vergessen haben könnte? Und warum ist sie so ruhig? Also, keine Ahnung. Bin schon gespannt, was ihr dann dazu sagt. Gibt aber auch bei Ross durchaus Zweifel. Der Hauptzweifel oder das Hauptargument ist, niemand hat jemals irgendwas anderes gesehen als einen liebevollen Umgang zwischen ihm und dem Kind. Allen Anschein nach war er wirklich ein guter Vater, dem sein Kind absolut keine Last war. Es war ja auch ein absolutes Wunschkind. Die haben ja auch ewig daran gearbeitet, dass sie dieses Kind bekommen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass er nicht gerne verheiratet war. Aber anscheinend hat er es geliebt, Vater zu sein. Und das sagt jeder. Niemand hat ihn anscheinend jemals irgendwie genervt von dem Kind gesehen oder irgendeine Aussage gehört, dass er das Kind nicht haben wollte. Und das gilt auch für Liana. Wir haben sie ja bis jetzt ausgesprochen verständnisvoll und unterstützend gesehen. Sie hat ihrem Mann ja überraschenderweise keinerlei Vorwürfe gemacht. Aber als sie von diesen zahlreichen Affären erfährt, da reicht sie die Scheidung ein. Das heißt, sie ist wirklich sauer. Sie sagt auch vor Gericht, er hat mein Leben ruiniert. Ich will nie wieder was mit ihm zu tun zu haben. Aber trotzdem ist sie die Hauptzeugin der Verteidigung im Prozess gegen ihren Ex-Mann. Denn egal, was vorgefallen ist, sie ist absolut von seiner Unschuld überzeugt. Auf gar keinen Fall hätte er jemals mit Absicht irgendwas getan, was seinem Sohn schaden könnte. Das sagt sie in dieser Gerichtsverhandlung aus. Und das scheint sie auch wirklich zu glauben. Es gibt aber auch noch ein paar andere Dinge, die man interpretieren kann, die für ihn sprechen könnten. Zum Beispiel sein Computer oder seine Handy-Daten. Es wäre ein Leichtes für ihn gewesen. Er kennt sie super mit Computern aus. Er ist IT-Spezialist. Er hätte all die Beweise für seine Affären, für seine Sexsucht von allen Geräten nachhaltig löschen können. Er hätte gewusst, wie das geht, dass man das nicht so leicht findet, zumindest, dass die Polizei es übersehen könnte. Aber das hat er nicht getan. Das hat er offensichtlich nicht versucht. Außerdem hat er an diesem Tag im Internet nach etwas gesucht. Nämlich, er hat danach gesucht, wie man für Cooper einen neuen Reisepass ausgestellt bekommt. Und was das kostet. Der Hintergrund dafür ist, die Familie wollte demnächst verreisen. Dafür hätte der Kleine eben auch einen Pass gebraucht. Und, naja, die Verteidigung sagt halt, wenn Ross gar nicht vorhatte, den Sohn jetzt mitzunehmen, wozu hätte er nach diesem Reisepass-Ausstellungsamt, das war ein schönes Wort, suchen sollen. Also, man könnte jetzt natürlich sagen, er hat nichts gelöscht, weil er nicht davon ausging, dass man seinen Computer durchsuchen würde. Er ging nicht davon aus, dass man irgendwas finden würde. Man könnte andererseits auch sagen, er hat nach diesem Pass gesucht, nach diesen Daten gesucht, um sich ein Alibi zu verschaffen, um zu sagen, hey, guckt mal, ich habe sogar das und das gesucht. Das hätte ich ja gar nicht gebraucht, wenn ich Cooper nicht hätte mitnehmen wollen. Diese zwei Dinge allerdings, die würden sich ja widersprechen. Also, entweder er hat damit gerechnet, dass man den Computer durchsucht und die Daten findet, oder eben nicht. Eine weitere Frage ist natürlich die Tatsache, dass er tagsüber zum Auto zurückgegangen ist. Ihr wisst schon, die Sache mit den Glühbirnen. Wozu sollte das gut sein? Warum sollte er so tun, als hätte er dann seinen Sohn nicht gesehen? Also, erstens mal hätte er das Auto nicht eher gemieden, wenn sein Plan war, okay, ich finde den, wenn ich nach Hause fahre oder wenn ich aus der Firma rauskomme. Und wenn er da schon hingeht mittags, hätte er ihn dann nicht auch schon einfach mittags finden können und Alarm schlagen können. Wozu dann nochmal reingehen, nochmal vier Stunden arbeiten? Das hätte er sich ja dann auch sparen können. Und natürlich in weiterer Folge die Frage, warum hätte er losfahren sollen? Also, als er dann nachher, nach der Arbeit um 16.16 Uhr aus der Firma kommt, ins Auto einsteigt und losfährt und wieder das Kind auf dem Rücksitz nicht gesehen hat, das macht die Sache ja eigentlich viel unglaubwürdiger. Es hätte ja eigentlich viel mehr Sinn gemacht, sofort Alarm zu schlagen. Das heißt, zum Auto zurückzukommen, aufzusperren, reinzugucken und zu sagen, oh Gott. Also, da waren auch genug Leute auf dem Parkplatz. Er hätte dafür auch Publikum gehabt und klar, auf dem Einkaufszentrum Parkplatz waren mehr, aber es hätte jetzt, glaube ich, nicht den Unterschied gemacht. Also, das sind so ein paar Dinge, die nicht logisch sind und die könnte man natürlich so interpretieren, dass er es tatsächlich nicht gewusst hat und dass es tatsächlich ein Unfall war. Der Staatsanwalt argumentiert, dass Ross nicht glücklich in seinem Leben war. Die Ehe, die begann ihn zu langweilen. Die Frau, die begann sich darüber zu beklagen, wenn er abends ausgehen wollte. Er war eingeschränkt in seinem Leben. Er hat seine Frau ja, wie wir wissen, schon lange betrogen. Er war auch sechssüchtig. Er hat immer wieder mit anderen Frauen geschrieben und zwar wirklich mit vielen, also nicht nur allen zwei. Es waren mindestens 30, wie sich am Schluss herausstellt. Es waren auch nicht nur Frauen, sondern da waren auch minderjährige Mädchen dabei. Er hat mehreren dieser Frauen auch an diesem Tag Nachrichten geschickt. Er hat mindestens einem von diesen minderjährigen Mädchen ein sehr unpassendes Foto von seinem besten Stück geschickt. Also, ja, ein Sympathiebolzen, wie man ihn sich nicht besser vorstellen kann. Der Staatsanwalt betont jedenfalls, dass ein Vorsatz nicht bewiesen werden muss und dass er auch kein Motiv beweisen muss. Aber im Fall von Ross gibt es teutliche Anzeichen dafür, sagt er, dass er die Sache eben geplant hat. Diverse Suchen auf seinem PC beweisen, dass er sich in der Zeit vor Coopers Tod mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und es erscheint auch unglaubwürdig, dass der kleine Junge so schnell eingeschlafen sein soll. Also diese Fahrt von diesem Frühstücksladen bis zum Büro, das waren keine zehn Minuten. Und dass das Kind da so fest eingeschlafen ist und das vergessen hat, das zweifelt der Staatsanwalt natürlich an. Entscheiden tun das letztendlich die Geschworenen. Es gibt eine Jury, die befindet Justin Ross Harris für schuldig. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, plus 32 Jahre und er sitzt im Gefängnis. Seine Frau Lien oder seine Ex-Frau Lien wird, wie schon erwähnt, freigesprochen und nicht belangt. Sie setzt sich jetzt für dieses Thema ein. Sie versucht eben Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und auf das Thema aufmerksam zu machen, damit solche Vorfälle nicht mehr so oft passieren werden. Okay, was denkt ihr? Die größte Frage ist und bleibt, war es Absicht oder nicht? Und die zweite Frage ist, mal ganz abgesehen davon, was ihr glaubt, findet ihr, dass es genug Beweise dafür gibt, dass es Absicht war? Ich für meinen Teil, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es einfach nicht. Ich halte beides für möglich. Ich halte es für möglich, dass er das geplant hat und mit Absicht durchgeführt hat. Vielleicht aber auch nicht. Das ist schon extrem grausam, aber er scheint ja nicht gerade so ein empathischer Typ zu sein. Man könnte sein Kind auch einfacher umbringen. Aber gut, wie gesagt, das hat oft keine Konsequenzen, also zumindest keine rechtlichen Konsequenzen für die Leute. Kann er es einfach wirklich vergessen haben innerhalb von zehn Minuten? Kann der Kleine eingeschlafen sein? Kann er wirklich vergessen? Es kommt vor, es passiert anderen auch. Er war unglücklich mit seinem Leben anscheinend, mit seiner Ehe zumindest. Er hat 30 Frauen, die er da irgendwie getextet hat. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er vergessen. Persönlich finde ich Ross extrem unsympathisch, vor allem als dann noch herauskam, dass es weit mehr als sechs Frauen waren, dass da sogar Minderjährige dabei waren. Sein Selbstmitleid, das kotzt mich an. Ich wünsche ihm wirklich ein Leben voller unbequemer Gefängnispritschen, egal ob es Absicht war oder nicht. Aber ob er zu Recht verurteilt wurde, das wage ich nicht zu sagen. Denn immerhin scheinen die meisten dieser Beweise reine Indizienbeweise zu sein. Es gibt Argumente dafür, die sagen, okay, na klar, kann gar nicht anders sein. Er muss das absichtlich gemacht haben. Die Argumente von der Verteidigung sind aber jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ich weiß nicht, ob hier nicht so im Zweifel für den Angeklagten rein rechtlich gesehen vielleicht auch angebracht gewesen wäre. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie ihr das seht. Das ist ein sehr, sehr kontroverser Fall. Ich weiß, es wird viele geben, die sagen, die Strafe ist noch nicht schlimm genug für ihn. Es gibt vielleicht auch welche, die denken werden, dass es keine Absicht war. Es gibt sogar eine Petition. Es gibt, glaube ich, 11.000 Unterschriften von Leuten, die überzeugt sind, dass es keine Absicht war, die sich dafür einsetzen, dass er frei kommt. 11.000 sind jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viele. Ich bin gespannt, was jeder Einzelne von euch meint und wie viele die eine oder die andere Meinung vertreten. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blue Crime Time. Bis dann. Ciao.